Was ist die Rauchentwöhnung? Bei der Rauchentwöhnung ist es ganz wichtig, zuerst das Ziel vor Augen zu haben, das Ziel, rauchfrei zu werden und sich die Vorteile vor Augen zu führen, die mit einer Rauchfreiheit verbunden sind. Wenn diese Vorteile für Sie klar auf der Hand liegen, dann werden Sie auch die notwendige Motivation aufbringen, durch die schwierigeren Phasen der ersten Tage durchzukommen. Daneben sollten Sie überlegen, ob Sie es ohne Unterstützung oder mit Unterstützung probieren wollen. Diese Unterstützung kann medikamentös sein, Nikotinersatzprodukte oder Medikamente. Diese Unterstützung kann aber auch bedeuten, ein Angebot Ihrer Versicherung in Anspruch zu nehmen, also zum Beispiel ein Raucherentwöhnungsseminar oder gar ein stationärer Aufenthalt zur Entwöhnung. Viele Raucher fragen sich, ist es besser, jeden Tag die Rauchmenge zu reduzieren, also von 10 auf 7, von 7 auf 5 Zigaretten und so fort, oder sollte ich besser schlagartig aufhören? Wichtig ist eigentlich nur das Endergebnis. Wie Sie das Endergebnis erreichen, ist dabei gar nicht so wichtig. Sie sollten es nur schaffen, gänzlich rauchfrei zu werden. Fällt es Ihnen persönlich leichter, noch ein paar wenige Zigaretten für einige Tage in Anspruch zu nehmen, dann können Sie dies ohne weiteres tun. Fällt es Ihnen leichter, gänzlich aufzuhören, dann ist auch ein umsetzendes Rauchstopp von einem Tag auf den anderen unbedenklich. Ich kann Ihnen in jedem Fall empfehlen, sich vor dem Rauchstopp zu überlegen, welche Verhaltensweisen Ihnen behilflich sein könnten in Situationen, in denen Sie zuvor geraucht haben. Das könnte beispielsweise sein, dass Sie etwas anderes in die Hand nehmen als eine Zigarette. Es könnte sein, dass Sie einen Kaugummi kauen in Situationen, in denen Sie sonst geraucht hätten. Es könnte aber auch sein, dass Sie für einige Zeit vielleicht auf Kaffee verzichten, weil Sie wissen, dass Sie dazu immer besonders gerne eine Zigarette geraucht haben. In jedem Fall überlegen Sie, welche Situationen Sie besonders zum Rauchen veranlassen und überlegen Sie sich für jede dieser Situationen, was Sie stattdessen tun könnten, damit Sie wohl vorbereitet in diese Situation hineingehen. Vielleicht haben Sie sich schon einmal gefragt, was Sie brauchen, um mit dem Rauchen aufzuhören. Und ich kann Ihnen sagen, in erster Linie ist es Ihr fester Wille, das Ziel Rauchfreiheit zu erreichen. Es braucht nicht sehr viel mehr als Ihren eigenen Wunsch, dann werden Sie es zweifellos schaffen können. Sie können natürlich auch Unterstützung in Anspruch nehmen. Überlegen Sie sich, ob Sie das wünschen, ob Sie das brauchen und organisieren Sie es rechtzeitig. Weihen Sie Ihre Freunde und Arbeitskollegen ein, besorgen Sie sich gegebenenfalls Nikotin-Ersatzprodukte und überdenken Sie bestimmte Verhaltensweisen. Am wichtigsten aber, und das ist die Grundvoraussetzung, es ist Ihr Wunsch, rauchfrei zu werden, der zum Erfolg führen kann. Sie wollen die Motivation zum Rauchstopp steigern oder aufrechterhalten? Dann wird es am besten sein, wenn Sie sich die Vorteile einer Rauchfreiheit vor Augen führen. Denken Sie daran, dass Sie sich durch Rauchfreiheit Geld ersparen. Dass Sie Ihren Geschmackssinn verbessern, den Geruchssinn verbessern. Dass Sie mit jedem Tag, den Sie nicht rauchen, Ihr Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ja bis hin zum Herzinfarkt, deutlich reduzieren. Und dass auch das Risiko für bösartige Erkrankungen, zum Beispiel Lungenkrebs, deutlich abnimmt. Mit jedem Tag, den Sie rauchfrei bleiben. Ich kann Ihnen empfehlen, sich die Vorteile der Rauchfreiheit vor Augen zu führen, Ihre persönlichen Vorteile vielleicht auf eine Liste zu schreiben, sich also zu merken, dass Sie einen besseren Geruchssinn und Geschmackssinn erwarten dürfen, sich Ihre Lungenfunktion verbessert, Sie Geld sparen, Sie das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen reduzieren. Und gleichzeitig könnten Sie auch auf dieser Liste vermerken, welche möglichen Hindernisse und Stolpersteine Ihnen begegnen könnten. Und je mehr und je besser Sie sich auf solche Situationen vorbereiten, umso eher werden Sie erfolgreich rauchfrei bleiben. Machen Sie sich unbedingt auch bereits vor dem Rauchstopp Gedanken über Ihre persönlichen Stolpersteine und Hindernisse. Solche Stolpersteine und Hindernisse können manchmal auch im eigenen Haushalt, in der eigenen Familie liegen. Es nützt oft wenig, wenn Sie selbst fest entschlossen sind, mit dem Rauchen aufzuhören, Ihre Partnerin oder Ihr Partner aber weiter raucht, Das ist eine schwierige Versuchung. Hier sollten Sie möglicherweise schon vorab überlegen, ob Sie so ein Hindernis, so einen Stolperstein vielleicht gemeinsam ausräumen können. Überlegen Sie auch, ob es Auslösesituationen gibt, wie zum Beispiel familiären Stress, den Sie zumindest für einige Zeit reduzieren können. Weihen Sie also hier Ihre Familie ein, damit diese Sie verständnisvoll begleitet und damit ein Rauchstopp in diesen ersten, besonders wichtigen Tagen möglichst problemlos verlaufen kann. Sie werden, wenn Sie in einem Umfeld leben, in dem sehr viele Menschen rauchen, es natürlich schwerer haben als in einer rauchfreien Umgebung. Sprechen Sie es mit den betreffenden Personen aber an. Erklären Sie denen, die in Ihrer Umgebung rauchen, dass es für Sie persönlich ganz wichtig ist, mit dem Rauchen aufzuhören. Viele werden Verständnis dafür haben, werden Sie unterstützen, Sie vielleicht sogar bewundern und Ihrem Beispiel folgen. Vielen Dank.